Wir müssen jetzt gucken, dass wir Ausdauer auf 13 bringen und Geschick auf 21. So, weiter trainieren. Hier trainieren wir mit, am meisten Geschick glaube ich. Gut, die Stärke bei 3 ist jetzt nicht so schlimm. So, gehen wir mal hier an Klimmzüge machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal so weit, dass wir das Geschick auf die 21 bringen. Und auch bei der 21 halten können. Genau. Weil Ausdauer geht automatisch mit. Also bei den 2 Sachen jetzt, Klimmzüge und Seilspringen. Gut, dass wir das halt so trainieren. Punching Ball, Klimmzüge, Seilspringen. So, weiter. Das ist irgendwie momentan, Entschuldigung, momentan kontraproduktiv. Es sind 10, Energie 58. Heißt wieder 4, Energy 1, 2, 3, 4 und zweimal Fleisch. Supermarkt mit dem Bus. Sehr gegrüßt mein Held. Blöd Mann. So, 2 davon, 2 davon, 4 davon, 1 davon und Talentpunkte holen. Übungskampf, Kämpfe. Alter Schwede. Na komm. Langweilig, 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 langweilig. Weiter, komm, weiter, 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 weiter. Weiter, sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. So, mit dem Bus. Was können wir denn jetzt machen? Wir haben 255 davon. Wir könnten jetzt, äh, ein bisschen Geld verdienen eigentlich. Nö. Nö. Jetzt haben wir es schon ausgegeben. Nö. Komm, dann machen wir es auch. Dann machen wir es auch. Wenn wir schon das Geld für ausgegeben haben. Also die Sterne da. So. Sehr gut. Dann wünschen wir es auch, wenn wir schon das Geld für ausgegeben haben. Dann würde ich sagen, trinken wir mal wieder einen Film. Äh, komm. Weiter, sehr schön. Komm, weiter, weiter. Äh, solange du uns nicht triffst, kann mir das egal sein. Weiter, komm. Ja, 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 ja. Nicht treffen lassen. Und ein bisschen öfters zutreten. Du hast genug Energie. Also, tritt doch mal zu und bleib nicht einfach die ganze Zeit stehen. Mann, Mann, Mann. Immer nur dieses dumme Rumstehen. Komm. Na, kriegen wir jetzt noch Schaden? Nee. Hätte mich nicht gewundert, wenn wir noch Schaden gekriegt hätten. So, komm. Jawoll, weiter, sehr schön. So muss das sein. Nein, so nicht. Nicht. Na, komm. Weiter. Alter, tritt doch mal öfters zu. Und nicht dauernd treffen lassen. Hm. So, komm, die Runde ist er. Liegt er, komm. Weiter, komm. Nein, nicht die Richtung. Andere. Genau so rum. Weiter, weiter. Jetzt trifft er uns noch mal. Nee, doch nicht. So. Das ist wieder der, der weh tut bei uns. Ja. Ja. Und komm. Ja, 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 ja. Wieder geblockt. Wir müssen ihm mehr Schaden zufügen. Komm. Jetzt bleibt doch nicht dauernd stehen und tritt mal zu. Verdammte Scheiße da. Komm. Und nicht dauernd blocken lassen. Das tut uns auch weh. 50er Kombo. So muss das sein. Jawohl. Und nochmal. Komm. Ausweichen. Jawohl. Ausweichen. Sehr schön. Treffen. Nochmal. Und komm. Na, geht doch. noch. Das ist der, der uns am wenigsten Sorgen bereitet. Wobei wir halt mehr zutreten müssen. Ne? Nicht rumstehen. Was stehst du eigentlich die ganze Zeit nur rum? Eieiei. Komm. Tritt zu. Und treff vor allem. Ja. Komm. Weiter. Weiter. Sehr schön. So muss das sein. 57er Kombo. Bombastisch. Komm. Zweimal richtig treten noch. Komm. Und. Jawohl. Geht doch. So. Wenn wir den. Wenn wir den hier gut packen. Können wir den letzten auch noch schaffen. Na. So nicht. Sehr gut. Sehr gut. Nein. Ja. Ja. Sauber. Komm. Ja. Weiter. Komm. Wow. Bombastisch. Komm. Ihm schön die Energie runterziehen. Und vor allem. Ja. Sauber. Sauber. Der hat sehr gut gesessen bisher. Wow. Bombastisch. Komm. Und. Na komm. Uh. Das war gut. Den letzten schauen wir jetzt auch noch. Vorhin hatten wir 70 Energie weniger. Sehr schön. Nein. Nein. Hallo. Geht's noch? Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Der trifft uns dreimal in Folge für 66 Punkte. Vorhin lief das besser. Hallo. Jetzt weischt doch mal ein bisschen mehr aus. Genau so. Ausweichen. Ja. Komm. Tritt zu. Tritt zu. Ausweichen. Nein. Der haut uns schon wieder um. Das Ding verlieren wir schon wieder. Und. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben noch 10 dem. Einmal trifft er uns noch. Dann ist fertig. Weich aus. Komm. Bitte weich aus. Ja. Das gibt's doch nicht. Fertig. Das regt mich auf. Das regt mich so was von auf. Das kann doch nicht wahr sein. Dass wir hier die ganze Zeit abkacken gegen den Pisser. Heißt. Trainieren. Toll. Trainieren. 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 Wieso steht hier eigentlich die ganze Zeit Ding Kong. Alter Schwede. Wir brauchen unbedingt irgendwelche Talente, dass wir nicht so viel Schaden kriegen. Naja. Schauen wir mal. Ja. Ist gut. Faul ist Sau. Würdest du nicht die ganze Zeit dumm rumstehen, hätten wir jetzt schon 50 Talent Pets mehr. Aber nein. Du musst ja immer stehen bleiben und 5 Sekunden lang gar nichts machen. Und dann lässt du dich dreimal für 66 Kombo Punkte treffen. Das ist. Ah. Könnte ich ausrasten. So. Das Geschick. Wir müssen mal gucken wieviel mal jeden Tag da gewinnen und wieviel mal jeden Tag verlieren. So. Komm. Tageswechsel. Und 343 gewonnen und 180 verloren. Na das geht ja eigentlich. Das geht ja. So. Dann werden wir gleich wieder was essen. Und ja. Jetzt hat er wieder Hunger. Dann holen wir uns wieder 2 Talent Punkte. 4 Energy. Haben wir überhaupt noch so viel? Wir haben noch 3 Stück. So. Dann 2 mal Fleisch. 1 mal Limo. Damit wir da auch voll sind. Und dann Supermarkt. Wenigstens haben wir mal ein bisschen Geld über. 2 davon. So. 2 davon. 7 davon. 7 davon. Und 1 davon. Und 1 davon. Dann machen wir mal wieder einen Übungskampf. Komm. Gelächter. Wie heißt. Warum geht das eigentlich nicht im Kampf so? Hä? Hä? Da schon wieder 3 Sekunden rumgestanden, ohne was zu machen. Das. Ja. Ich kriege Plagk. So, was können wir denn hier machen? Wir können wieder einen Film drehen. Oh. Bevor ich einen Film drehe, bringe ich erstmal die Ausdauer nach oben. Die Gesundheit ist ganz oben. Da bringe ich jetzt erstmal schnell die Ausdauer auf 12. So, reicht.